First Shrider, die Sonne lacht. Wie mein Name ist Morda. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Ja, indem wir sie paaren, zusammen. Ja, okay, vielleicht noch nicht. Alles mach ich falsch. Kampagne Arizona. Äh, Gumm... Junge, wie seh ich denn jetzt aus? Ist hier auch ein Ei? Habe ich ein Ei? Ich weiß gar nicht, wie viele Eier ich habe. Oh, nun spielen wir sich laut. Ganz so ein. Ja, doch, 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 doch. Ja, doch, so wurden wir schon einmal gecatcht. Bitte tu mir einfach den Gefallen. Geh einfach. Jetzt setzt er sich wieder wie so ein fauler Hund auf die Couch. Nimmt sich ein Buch da raus. Wahrscheinlich ein super Palutenbuch. Er fährt noch. Alter, sieht gut aus. Sieht... Okay, ja. Noch schneller und wir durchbrechen die Schallmau. Schnauze. So, guck mal, jetzt fahr ich hier. Ja, ein Ticken zu schnell. Aber das ist auch eine blöde Kurve hier. Was ist das? Lösen. Und dann? Oh, nee, ich... Sorry, das wollte ich nicht. Naja, da war so ein Typ, der hat die Winde gelöst. Ich nicht. Ich gebe auf. Au, okay. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Die Tür direkt zu. Und jawohl. Das war jetzt sehr gut. Jetzt müssen wir sie nur noch... Komm mit. Schnell. Bevor der eine Typ wieder die Tür aufmacht. Beeil dich. Öffnen. Nein! Junge, das war eine Millisekunde. So, jetzt komm. Tür zu. Schließ doch die Tür. Schmeiß sie weg. Schmeiß sie weg. Schmeiß sie in den Schrank. Muss ich noch gemick brechen? Muss ich? Alter. Guten Tag. Oh, der eine erkennt mich verdächtig. Ich bin nur verdächtig. Ist alles gut. Nee, nee, nee. Sie müssen mich verwechseln. Ich hab mir in die Augen gekrackt. Okay, sorry. Zack. Guten Morgen. Your destination is the coastal town of Sapienza. Also known as the jewel of the Amalfi Coast. Ich krieg mich schon mal ein. Verkleiden Sie sich als Küchenpersonal. Aber wie komm ich denn da jetzt hin? Ich muss nach hier oben. Moin. Hallo. Oh, okay. Darf ich natürlich nicht rein. Ja, ja, ich weiß. Es tut mir leid. Jetzt gibt's den Minecraft. Minecraft Burger. Für die Leute, die die Story nicht kennen. Ich hab damals Minecraft Burger mir selber gemacht. Irgendwas war mit dem nicht in Ordnung. Und dann hab ich irgendwie paar Tage lang, saß ich entweder über der Schüssel und hab gekotzt. Oder ich saß auf der Schüssel und hab gekackt. Also es war echt geisteskrank, was da abging. Okay, finden Sie mehr über den Golftrainer heraus. Der weiß definitiv, wie mal. Sorry. War ein GMP-Joke. Verkleiden Sie sich als Kamera. Ja, Mann. Sorry, ich muss einmal durch. Drücken, was ist richtig gut, Frau? Ich hab auch Fisch vom Buffet gegessen. Es drückt unfassbar. Da vorne ist er. Okay. Oh, das Waschbecken überfluten. Da muss einer der Mitarbeiter reingehen. Entschuldigen Sie. Da hat jemand auf Toilette... ...dreinringen geschissen. Oh, Alter. Hier sind die alle am demonstrieren. Nieder mit der Regierung. Oder? Auf Ressenz, auf Ressenz, Ressenz. Hier ist Ihr Keycard. Willkommen zu dem Himapan Hotel. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Da vorne ist so eine Liste. Da sehen wir, welche Suite er ist. Das bedeutet, hier einen müssen wir fertig machen. Und dann ziehen wir uns gleich um. Und dann präparieren wir bei dem einen Typen sein Hotelzimmer. Ich geh jetzt erst mal bei mir rein. So. Was haben wir hier? Ja, lass mal jemanden holen. Ja. Ich hab so einfach so ein Ding gekackt. Packe ich das nicht einfach in die Lüftungsanlage? Klar, damit würde ich wahrscheinlich 100 Leute umbringen. So, rein da. Oh. Nee, nee, ich mach gar nichts. Alles gut. Oh ja, ich weiß. So, guck mal hier. Ein ganz leckeres Getränk für dich. Ach, ja, mach ich weg. Guck mal hier. Ja, dann mach doch selber sauber. German, let's play. Das wird dein Ende. Einst waren wir Freunde. Doch jetzt war's das. Jawohl. Ja gut, jetzt ist hier natürlich ordentlich Alarm. Ja, ja. Ich, ich nehm hier kurz die Schlüssel. Münze. Alter, habt ihr das mitbekommen? Entra. Der ist explodieren. Das ist unglaublich, Jungs. Wir müssen das Gebiet sicher. Ja, salut auch an dich. Ah, hier ist die Toilette. Oh ja. Hier lassen wir was überlaufen. Oh, Leute. Ich hab grad Spritzdurchfall. Alles voll auf Toilette. Und weg. Ja. Aber in case Amnesia has set in, here's the sequence. Advance to the car with beast. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Okay. Frau Maja. Ich bin vielleicht doch noch mal kurz auf Toilette. Winterhude. Junge. Übertrieben, Stritch. Ist einfach so. Wenn du da ein Haus haben willst, bezahlst du bestimmt locker, boah, 5 Millionen. Also Real Talk. Warte mal, ich hab, hab ich doch mein Handy hier. Junge. Hier, 2,4 Millionen. Das ist ja fast geschenkt. 2,6. 3 Millionen in Winterhude. 6,8 Millionen. No, wir gehören da hoch. Da ist Lava. Nein, wir sind viel zu laut. Wir sind viel. Oh, Gott. First try. Fahr mal dran vorbei. An der Lava. Irgendwas vorne rechts ist auch schon gebrochen. Auf die Brügge oder hier rechts? Nee, ich glaub, ich fahr lieber hier rechts. Die Brügge, die sieht ein bisschen alt und marode aus. Wie mein Name ist Morda. Da geht so ein... Oh, ja. Bruder, aber ganz links ist auch noch der 50er. Ja, sehr nice. Die Sonne lacht. Hey, die werden doch hier auch pinkeln gehen. Können wir das nicht irgendwie versperren? Nee, keine. Doch, ich kann ihn hier rauswerfen. Nein. Oh, weil die da gerade... Hier wäre es halt 10 von 10 gewesen. Zack. Sieht niemals. Ah, und da kann ich durchklettern. Wenn ihr ein Auto sucht, dann kommen zu Palettos die besten Deals, die geilsten Karren. Natürlich. Zu Freundschaftspreisen. Oder vielleicht auch nicht. Unterwendekreis. Oh, Augenmaß. Deutsche Werdarbeit. In Frankreich. Was denn jetzt? Oh. Ja. Deutsche Werdarbeit. Jetzt mal rein hypothetisch. Ihr fahrt mit einem Flixbus. Und ihr seht... Oh, Mensch. Paluden ist heute mein Flixbusfahrer. Würdet ihr euch freuen? Oder würdet ihr sagen... Ich lebe wirklich gerne... Nein. Wer ist es? Philipp, das warst du. Ich habe nämlich... Philipp, habe ich so gesagt, es gibt so ein Photoshop-AI-Programm. Das Geist ist krank. Oder nein, weil er ist gerade krank. Philipp hat Durchfall. Uh! Du. 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 Bis zum nächsten Mal.